willkommen mein name ist an europäer und ich begrüße euch zurück zuletzt play star wars von zwei jahren ist erst mal ein paar kisten eröffnen täglich anmeldung ist so ein feuerkiste ok ab wegen neuer und ohne nehme ich an jetzt mal sehen ja ganz viele leute jetzt in folge waren wir gleich auf labo da haben wir hier ein paar credits und herstellungszeige ok manchmal mit nichts mit anfangen so sagt ihnen was du kannst kein denken helden die sieben damit so tätig zu sagen kann man auch zu arbeiten muss man aber nicht nur so was machen wir hier spiele stern jahre aber wenn ich da war dabei noch hier alles zwei teams mit acht spielen treten zahlen mit einsatz hier aneinander kann ich mir nicht irgendwie so suchen engen raum machen wir das einfach nur def match und irgendwie aussuchen ich kann mir hier nicht so genau aussuchen was ich machen will ich kann einfach nur besuchen und dann ok wenn man kann ich die karte auswählen oder irgendwie sowas ich glaube beim ersten tag auch schon so aber trotzdem standard bei multiplayer hallo gehört und auch mal seine der match kann man ja mal zeigen weil wie schwer kann das schon sein wenn ich so als mich dauernd frecken und nichts getötet kriegen ich habe nur 24 leute bisher gekriegt ich habe drei matches gemacht hier geht es ja nur ums töten weil andere muss man ja noch anderes zeug machen weil ich glaube ich glaube ich muss gar nicht irgendwie eine bestimmte waffe haben und damit ich war nicht in dem bereich so was hat er noch mal der normale zermalte tonatoren alle rennen sie zum gleichen ort klug man 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 darf sind welche sind welche man sagt mich hier nicht allein hier am lenken oder will ich mir nur ein genau mit ärmchen mit einschlag getötet ich war eigentlich die waffe die gefällt mir auf jeden fall kann man ja mal ausgerissen oder so nehmen wenn ich mir unter der wild und offizier das mal spiel meine einheiten hochleveln und jetzt schon 22 da hat sich gereimt auf den wege glauben leid von allen außerrichtend ich mein gott wir sind schon wieder am verlieren das liegt am ja natürlich ja ich habe null erledigt ist ja wir sind sogar eine mehr kann schon oh mein gott wenn ich doch kacke in dem spiel das erlernen weiter punkt abbezogen und einer joint oder beinahe geklärt werden also ein dreier dinge ein bisschen müssen wir ja schon geben weil ich früher manchmal besser in die wurschule anlegen klappt und ich habe battle von 1 und 2 sogar auf dem pc gespielt damals und auf der ps2 trömer leck da geht nicht weit urlaub der lehnen für die idioten geschädigt ja das schaffe ich auf jeden fall er ist da oben macht dann fertig weit später selbst wenn sie kommen wir fahren du seid ja man hat das recht gesagt ganz schön knapp und niemanden halten zwar reden ich habe irgendwie was dann ändert wie ich spiele aber okay warum schon den einen habe ich doch voll getroffen habe ja nicht mal beschädigt oh mein gott ich probiere mit nirgendwo schüttan ich die anschauen und städt mich aber wenn man getötet hat freut mir oder weil ich war schon ein kill habe ich so ein kill nicht geil pink power pen ich habe 25 gedanken die leute so schnell schalten können sehe gerade mal die gegner muss gucken wir darüber los dass wir haben schon nichts getötet zeitpunkt was ich sehe gerade mal erste gegner und dann irgendwie schieße ich auch die mir beiden gegner habe ich irgendwie hat gefühlt sehen mich in der buch weil ich nicht wie die leute kakerlagen voll widerstandsgegen sind wir fährt gerade eigentlich auch kein geschütz und dadurch den schilden wir setzen da ich triff die noch nicht mal ist er hat gesehen hat auch voll auf den karten ausrüsten truppschild ja ich habe ja mein geschütziger weil wir verlieren sowieso gerade stationiere geschützt welche auf der halle graben ja weil hat mich nicht schon ab da kann es nicht da können wir nur zwei reingehängt werden ja das ist mit so standard ist der rechnern weil wir zwei leute getötet anderen gefecht beidrehen weil sonst weiß ich ob wir immer wieder neu gemischt werden ja bei jedem match ganzen leute aber den gleichen team hier rein und raus gehen wenn ich immer in den gleichen team bleiben und das gegner team sind wir noch so stark ja wie wir wechseln mittlerwesens gewinnen also nicht ich persönlich gewinnen aber mit wir wenigstens gewinnen vielleicht kommt mit der fahrung auf ich meine platte war ich auch verschlechter am ende ging es eigentlich noch der oberhalb der oberhalb wenn ich mal noch kacke oder eingeben die war wenn ich nicht nur schlecht ja ich weiß darum geht irgendwie leute zu töten damit schlecht deswegen habe ich auch lieber irgendwie so sachen die left for dead oder so gespielt weil da muss man eigentlich immer wenn ich da mit kollegen gespielt habe weil ich meine jene mit dem wenigsten kennt aber irgendwie habe ich dort für ich habe irgendwie spiel entscheidenden sachen immer gemacht leute wieder belebt und so noch damit läuft schon wir sind schon haben verlieren auch hier ist das ohne über angriff dann schlicht nicht hinter mir ehrlich manchmal geschützte hin platzieren aber mein gott ehrlich du bist mein geschützt jetzt ist mein geschützt ignoriert weil schießt das nicht ich kann auf die ziel irgendwie nicht so unterscheiden der erste ordnung die erste ordnung ich gehe mir wirklich mühe auch wenn das nicht so aussieht bei denen seine knarren definitiv schwere kloppen oder schuback da waren wir die zwei jetzt sprechen wo man das eigentlich schon nicht so gut ich brauche ich meine drei jahre doch dass ich mir dachte mir das ist ja das ist ja ich habe manchmal vielleicht sind ja wort ich weiß nicht tot wenn man soll ich sonst machen immer gerne mal gewinnen mir hat geführt geschützt bringt es nicht so wenn ich habe ich damit niemand zu töten oder ich will immer ein ergeben werden um 34 mit seinen dingen 40 alter warum schon mal das nachvollziehen allein der radios musste die auch schon hier zerfetzen ehrlich da kommen wir von hinten und ballern wieder normal noch mal so von ampulieren kann man nicht rennen ich tue euch mal radios mädchen killers ist traurig natürlich ich will alle sind am laufen und ich werde als erster hat über einen haufen geballert hat später ein bisschen am lenken kann hat sein sollte man dahin dann war ich auch ein funktionieren sicher voll klug versteckt mich hinter mir wird mich niemand sehen wieso klappt so eine primitive wieso klappt so eine primitive strategie ich habe mich hierhin versteckt die haben ich nicht gesehen ich war voll unbesiegbar dahinter kriechen erfahrungspunkte ja früher wenn ich es machte oder am ende des matches wenn man alle sterben konnte ja nicht exudieren und zug großen zug werde ich uns ein gefecht hier schaffen also gewinnen dann muss ich dann nie wieder spielen irgendwie für den dinge zwar nicht pink power panda weil er nicht auch vorhin schon im letzten match ich hatte auch vorhin schon 24 hat die kampfmann ist offiziers boost dann kriegen wir neue waffen dann für die freiheit epische findkiste also das ist seitenwechsel stimmt war immer noch welcher sehen warte mal vergiss man hat sich dann für alle ausrüste nicht nur für eine seite also im battle von 1 ja nur eine warte die meisten sind abgehauen sehr gut jetzt auch ein bisschen doof sprich nicht so gewinnen was soll es ich bin ihr um zu helfen tor liegt auf helfen doch andere map gut im ganzen Wald sind Guerillas der Rebellen wir wachen einen Sieg das werden wir ihnen vermiesen wir sind alle dämlich habt ihr das gesehen alle sind zu dagegen gerannt keiner weiß wo es lang geht oh mein gott aber so erbärmlich ah meine nase hallo die hab ich getroffen das greifen aber einer da war einer ja wollen äh alt genau vielleicht mal machen spieler ausgeschaltet hat man geschützt oder was sowas von nicht abjusen oder so wenn man jemand das ding da einschalten wenn man es schon einfacher die rebellen werden sei ist kalt da kommen auch wieder leute hier rein langsam wird meine gegner so dem sind und stehen bleiben ich bin auf dem zweiten platz bei uns ja alles schön mal einander bleiben leute sind die gegner gerade sie jetzt nicht so groß aus gut wir werden triumphieren kann hat auf den weg ist dort ich habe vor jemandem getroffen bestimmt mein daumen immer auf der alt taste jetzt richtig gegner aber sie die ganze zeit schüsse aber ich bin eigentlich ich hole das ding nach oben das hat sie alle beim haufen geballert verdammt nicht mal auf den ersten auf zwei platz das ist mein geschütz oder ich habe da war mein geschäft ich habe da war mein geschäft ich habe mir gesagt alle sind doch acht leute hier ne ja kann ich mein geschütz irgendwo an der geilen stelle packen wir hoch oder irgendwie so weit das nehme ich wahrscheinlich nicht mehr geschützbereit da wo seid haut hat das nennt man instant kamer wir sind sogar gewinnen ausgezeichnet meiner mein gott ich bin so gut im moment ich starte mal direkt wieder dein automatik geschützt aktiviert so die Granate hat total geholfen ja was geht ab meiner nicht meine verdammt ja langsam wird so war dann komme ich rein das ist ja im leckchen ich sehe mal über eine schüsse aber wieder beschädigt mein geschützt oder was wir werden die rebellen zertreten der fleck seiner katze toten katze noch meinen geschützt werden jetzt gerade ein bisschen ich will die erst mal steuern diese truppe ich kann mich doch schon irgendwie so umfeld positionieren da oben vielleicht dann habe ich da wahrscheinlich wieder nicht hoch ne pass auf wo sind die gegner ich sehe die gegner an man sieht es vorbei sollte vielleicht nicht brennen wenn ich auf karte zeit glaube ich hallo ja auch alle fleißig töten wo hei habe so jemand damit getötet sehr gut zu mir schwarz mit dem okay wir haben den jetpack meins oh gott noch mal hey kollegor geht das war ein letzter angriff und dass uns beide fliegen komm, fliegt er hinterher nein ja der geht auch dahin, sehr gut na man, ich bin da gerade draufgegangen da hat soweit so was schöneres ja das war mir nicht auf mich konzentriert diese gegner aber gewonnen und da ist was passiert was für einen spaß wenn sie nicht mehr so selbstsicher sein was ist das denn für blöder name so wir haben einen gewonnen das ist auch aber ja 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 anruf da war das erledigt ja morgen aufstieg kann ich mir neue helden kaufen 5000 sehr gut ja das hat schon spaß gemacht zu einem bestimmten punkt zu einen bestimmten punkt oder wo ich gut war belohnungen freigeschaltet zeigt auch beim übungen und sonst gegner erledigt eine partie gefecht gespielt also keine partie helden für schocken gespieler müssen auch noch genau sterne ich werde aber nächstes mal wahrscheinlich wieder dinge spielen erst mal hier galaktische angriff weil er muss für mich immer einmal sein so erst so weil ich der hauptgang für mich hier startet ist da oben eine kiste behalten aufmachen einsatz und was ist das hier wir gehen auf der kopf der raushalt wird der jahr per kopftreffer der ist immer gut das hat hier war für die freundlichen seien erfassen eine lenker geht auf sie abfeuert ich bin dadurch ersetzt das bei den händen kaufen die kosten 10.000 jemand kostet 5.000 da habe ich das schon geholt ja ja ein match war zwei oder drei oder vier dann gehe ich darauf zusammen ja ob sie erwartet wird dadurch also beziehen jetzt blend granate dann treffe ich irgendwie nichts also wenn er nicht dass wir jetzt eine passende lenker geht auf sie abfeuert ja natürlich gerne ziel schuss kommando und blaster schützt ja passt doch nicht genau wie sagen für den part hier wenden wird wahrscheinlich so gleich wie so was sagen glaube ich keine zeit hier irgendwo angezeigt und ja sehen wir uns in der nächsten fall wieder wo ich dann wahrscheinlich gelatsche schlacht wieder mache da wir auch mal heißen angeht ja gut ich habe euch halt abfall man ja dann lasst doch mal ein abo ein like oder ein kommentar dass wir die kanal sehr weiterhelfen und dann sehen wir uns in der nächsten folge dankeschön fürs zuschauen und tschüss